so dann würde ich sagen geht es los und start und ich an mit ganzem wie man in der list sieht und hoffe dass es ganz gut läuft und ich möchte auch sagen dass das hier eine übungsaufnahme ist also nicht dass ich hinterher sage von wegen das sehe die aufnahme und klar sagt sie waren einfach das zum training noch mal und könnte mir sagen ob ich dann vielleicht nur die große zeit noch übernehmen als diese liste statt halt so ich glaube ich nehme mir beim nächsten mal nur die zeit und jetzt kommt dieser scheiß hier ließ die mir auf den sack gehen genau deswegen einfach weiter laufen soll statt um zu drehen und der geht mir auch auf eier aus wie der nächste ja verfolgt mich noch du arschloch und der letzte vor dem wechsel er vor dem wechsel vor und weg jetzt war hier der scheiße club da ist das viel vor allem war der immer unterschiedlich springen durch die weiß bringt er nun höher spielt er noch nicht so hoch naja gut aufzugatmen ob ich überlebe okay ich sehe schon wieder einige schüsse nicht was das hat ein imulator ach so und was ich noch versuche zu testen ist ob ich vielleicht auch mit dem controller hier spielen kann weil ich den hasse die ab die ab habe ich gesagt ist das ein drecksack und das nur wegen diesem scheiß blöden zykloppen der mir zu nahe kommen musste ich hätte meinen hund sprung zu machen nein text teil warum schon warum nicht bei dem ersten versuch so und erledigt drei minuten super so ein bockmist naja weiter 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 cut man das war nicht schlecht das sollte ich mir merken nein nein blöde schade Stolkratz, f*** dich. Ich muss da nach rechts zu gehen. Nein, ich litter da wieder runter. Der ist Controller. Ach ja. Oh, ey. Ey. Oh, ey. Drücke nach rechts, nicht nach unten. Weil du scheißkonstruiert bist, musst du nicht scheiße sein. Richtig. Oh, ey. Blöder Scheißvieh. Oh, ey. Oh, ey. Ach ja. Ach ja. Und, ja. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. kopfler oder was war hier und der nix okay aber diese drecks ich habe jetzt haben auch für zeit kostet er kommt wieder dieser scheiße klub und mit mir um 6 teilen was euch ich habe ich immer wieder auf ankommt hast du keine sprüge passateil weißt du hier einfach und verpiss dich mal krex hier 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 Der Lickman. Boah, in der Fresse, ey. Boah. Kann ich nicht ab, sowas. Unnötiger Tod bei Gunsman und an... Oh, ich drücke jetzt mal den Falschklopfen, sonst mal umstellen. Warum will ich nicht einfach das hier und mach das? Oh, Mann! Oh, da. Ich dachte, es war nach links und nicht nach oben, aber f*** dich. So. Ja, schmeiß mich runter, du Stück Scheiße. Ey. Es läuft alles scheiße, was nur scheiße laufen kann. Ist echt mal. Vor allem... Wann erscheinst du Scheißblock? Wie weit denn noch? Meine Fresse. Komm ich nie unter 40. Wenn ich die 40 überhaupt noch schaffe. Ich war doch obendrauf, ey. Boah, ey. Die blöde Hitbox-Verschieberei ist ätzend. Mein Fresse. Die blöde Hitbox-Verschieberei ist auf dem Strang von RhuertschreIP. Mit der ... fuck you du krieg dich nein fuck auf Pax sind unnötig eh ich mal Das muss nicht sein, sonst scheiß Keine Frisse Muss nicht sein, sonst scheiß Ich glaube, das ist eine Verschwendung, aber naja Fuck you Fiss dich Wegsack Ja, schön wie meine Energie verschwindet Ähm Nein Noch mehr Zeitverlust Unnötig Einfach nur unnötig Wut 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 Mann, 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 ey! Oh, Iceman! Headshot! Headshot! What the hell? What the hell? Let's try something here So So I see the fuck back Da geht doch, brauche ich gleich so So Dann hoffe ich dich nicht In den Todslide Och, mega blöd, man, ey Was? Game over? Oh, leck mich am Arsch Ich lasse dieses S-Kids leider Ich hasse S-Level Ja, blub, blub, blub Gestern ich einen Game over gehabt, ey Und heute, boah, einfach nur schlecht Mal, scheiß Controller Scheiß Spieler Ja, ja Scheiß Spieler und scheiß Controller sind eins zu viel Oh, die Pinguiner gehen mir auf den Sack So So Rüber Und zack Und zack Und abwärts Geh mir Okay Ne, 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 ist nicht blöd, man Ja, fick dich doch Fick dich doch Alter So, dass wir's jetzt haben Lass ich's gleich verwenden Fuck you Ey Dieses Vieh, ne Regt mich jedes Mal auf, ey Wenn er nicht hochspringt, soll er springt da hoch Soll er hochspringen, tu das nicht Missgeburt, Elende Mein Frister, ey Du Stirb einfach So Wieder viel zu lange gedauert Mein Scheiß, verdammter Fireman Ich hasse deine Stage Nicht selbst beherrscht ich ja, dank Osoma Gut, ich mach's auch noch Fehler, aber Ich schaffe ihn jedenfalls Ohne Angst Ohne viel Energieverlust Der war schon voll Energie Oh, ey Ich hasse es, ne Leiterspinnerei Ich sage Laufen und er klettert schon nach oben oder unten Alles so wie zum Behindertensteuerkreuz Für den Xbox-Controller What Du warst nicht Dran Das warst du für ein Arschloch Ey Ey Fiss dich Fiss dich Nein Meine Fresse Ich hasse es, dass es daneben ging Nein Oh, ich Nein Ist schön, wie ich mir selbst Zeit koste Schnauze 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 Mal gucken, ob es mit Eis auch klappt Wenn nicht, bleibe ich bei Plasma Und springen Schnauze Ich habe vergessen zu splitten Ich habe vergessen zu splitten Ja, ja, rechts rum wäre schnauze gewesen Aber da war ich schon drüben Ach Schnauze Schnauze Die Dinger, die nerven. Auch wenn man mit dem Daugeballer nervt. So, Rache. Ich weiß nicht, dass schon mich erinnert. Rache mich. Jetzt mich mal. Schön, dass du da an der Stelle hängen, dann musstest. Arschteil. Ja, Fisch. What the f- Blöder Sniper Drecksack Drixer, ey Drixer, ey So So. Feudy, Stage 1. Ach ja, jetzt weiß ich's Mute schon. Jojojo. Gut, dass du hoch bist, mein Arschloch. Fick's EINMAL. Fick's EIN... Fick's mal. Stopp, 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 endlich! Doch. Next, Tyler. Komm. Genau das hasse ich an diesen Scheiß, bevor ihr seid. Geh doch. Geh doch. EINON. Du hast du das nicht gekürt. Geh doch. Das ist elenskant. Du hast du in dieuld? Du hast du in die Türchen aufgerufen. Du hast du hier, was ich ganz nette. Du hast du in die Türchen. Ja, das ist der Anfaat-Karte. Du hast du Lens. Du hast du in die Türchen, wenn du dasst. Ich bin froh, dass mich das nicht in die Spikes geschubbt hat, ey. Krieg dich. Ich könnte auch noch mal getroffen werden. Gef wellbeing. Will dich ja so etwas zurückgehen? ... oder? So, gut, dann brauche ich jetzt... ... was von Lek-Man? Gut. Kleine Yellow-Devil. Komm, spiel mal mit ihm. Woah, woah. ja schön dass du da weit oben die vergisst das dein blöden auge ja ja da ging die fresse ich denke mal hier kann ich die race aufnahmen machen weil scheiße weil ich sonst nicht so als zu viel zeit zum aufnehmen haben werde weil ich aber besuch kriege und so oder termine habe naja kommen hätte naja fuck so das war der devil Auch unnötig lange dauert Kann man eigentlich überhaupt eine andere Schwäche außer die von Gutsman Oh ja... Es zieht einfach ab Probier's mal mit Fireman Oh, es zieht eigentlich ab Aber ich glaube, dass es nicht unbedingt eine gute Idee ist Ich glaube, ich habe jetzt viel verbraucht So Okay Okay, er hat nicht geschossen Interessant Ach, und diesmal habe ich es nicht geschafft, danke Ah Oh 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 Weil ich unbedingt das ausprobieren musste gegen Cutman Ich sehe schon, ich muss zum Game Over kommen, damit ich weiterkomme, ah? Weil ich ihn einfach nicht beherrsche Verdammter Bäh, schau ich auch Okay, der sieht gut aus. Komm. Endlich. Geht doch. Boah, ey. Hat viel zu lange gedauert. Edge 3, dadadada. Okay. Mann, Mann, Mann. In 30, ich weiß nicht, sieht irgendwie gar nicht so schlecht aus. Au. Also zumindest für meine Fähne sieht es gerade nicht so schlecht aus. Aber es sollte mich überraschen, dass ich so unter 40 Minuten schaffe. Okay. 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 Ich weiß nicht genau, wie viel ich erledigen muss. Ich mache am besten mal vier Stück. Oh, Mann. 2. Oh, 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 oh. Auf 3. Okay. Gut, dass ich es so gemacht habe. Meine Fresse. Cut. Split. Meine Fresse. Letzte Stage. Nein, nein, nein. Fuck. Schneller. Oh, fuck you. War das knapp, ey. Ich habe heute schon oft schon Englisch einbürgert in meine Sprache. Englisch gar nicht Beherrsche. Ach, ja. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Aber gut, fuck you kann ja eigentlich so gut wie jeder. Wie jeder, der damit keine Aussprachprobleme hat. Das ist ein Problem mit der Aussprache, also bessere Formulierung, finde ich. So. Gut, Bombman. Das heißt Fire. Scheiße. Ist ja schön gewesen, dass es ohne Schaden zu machen. Vielen Dank für nichts zu arsch. Ja, ja. Jetzt mal aufhören, Dauer zu ballern. Drecksack. Danke, dass du auch mal reagierst. Was ist mit dem Pausenmenü, wenn... ...reagiert? Komm! Komm! Hey, ne? Arschloch! Ich darf das nicht mehr als ein leichter auf holgen... Ich bin super... Ich sehe, mein Set ist auf jeden Fall ausbaufähig mit der... dieser Version. Oh ja. Ah ja. Ich vermute mal, dass ich hier nach Mega Man 2 spiele werde, wenn ich den Teil hier gleich durch habe. Au. Um die zu nehme ich halt immer noch den Boomerang Cutter. So, okay, das war's. Hm, 37, 24, nicht schlecht für eine Übung. Äh, ich hoffe, dass ich das im Race auch wiederholen kann oder noch besser kriegen. Gut, das war's dann mit der Aufnahme. Tschüss, bis zum nächsten Part. Wahrscheinlich dem Race. Auch, die Post-Gebogen sind fünf Stunden, bis zum nächsten Part. Dies, bis zum nächsten Part. Was ist esа als Siegventemann-G'Delpotter? Vielen Dank.